Du hast ja auch schon andere Techniken mal vorher gelernt oder andere Programme mitgemacht. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, dass in diesem Programm, das zeichnet das Programm aus? Man braucht sonst nichts außer sich selbst und das ist halt sehr gut. Und die Leute drumherum kriegen das auch nicht mit, außer vielleicht auch feinfühlige Menschen, die dann merken, oha, irgendwas wurde jetzt leichter. Und das Erlebnis hatte ich auch mit einer Freundin, die hat mich sehr, sehr aufgeregt in dem Thema. Dann habe ich die eine Übung gemacht und die hat so richtig im Kopf gemerkt, irgendwas ist jetzt anders. Und ich habe gesehen, wie das Schwere so von ihr weggegangen ist. Und dann war auch die Kommunikation auf einmal auch ganz anders. Und ja, das finde ich halt so fantastisch. Das gibt es halt bei anderen Traditionen, gerade auch schamanische Traditionen nicht, weil da brauchst du ja immer irgendwas, um das zu machen. Und bei dieser Technik nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt gar nicht zum Beispielviaßt. Und die Leute, wie das drin ist,